ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video mit einem neuen spannenden thema das ich für dich vorbereitet habe und wo ich selbst zuvor natürlich mich inspirieren lassen habe und eigentlich sehr begeistert bin diese botschaft mit ihr heute zu teilen ich bin mir sicher dass diese bibelstelle potenzial hat zu einer der lieblings bibelstellen in deinem leben zu werden weil das auch mit in meinem leben tatsächlich sehr viel noch mal gepusht hat bewirkt hat verändert hat in meinem denken und es resultierte eigentlich mehr oder weniger aus einer frage heraus und eine frage die ich nicht unbedingt sofort beantworten konnte aber ich habe das einfach auf diese art und weise mir angewöhnt dass ich mich nicht unbedingt komplett festbeißen sondern ich lasse dann bestimmte dinge einfach liegen und nach gewisser zeit komme ich halt wieder darauf zu und meistens sind halt auch die antworten da das ist eine typische bibelstelle für so eine art die ich jetzt erleben durfte und es geht heute um eine übersetzung um eine übersetzung die als ich das jetzt verstanden habe oder sowieso wie ich das jetzt verstanden habe würde ich mal so besser ausdrücken habe ich mir sofort die frage gestellt warum wird das nicht so übersetzt ist das bewusst manipuliert oder ist das bewusst voneinander abgeschrieben oder traut sich keiner das ganze tatsächlich mal anders zu betrachten und deswegen wie gesagt noch einmal zu dieser bibelstelle es geht aus erster johannesbrief kapitel 2 und diese bibelstelle möchte ich dir gleich einblenden und bevor wir da reingehen und diese diskussion beginnen möchte ich einfach vier übersetzungen dir erst mal zeigen ich habe das schon so ein bisschen angemarkert für dich um bereiche die wichtig sein werden die wir heute besprechen werden und dann werden wir das ganze anhand ich glaube ich habe luther 2017 ausgewählt dann werden wir einfach diese bibelstelle ein bisschen weiter in diesem sinne betrachten also wir sehen hier erst mal in vier übersetzungen natürlich gibt es mehr übersetzungen und es ist leider so dass tatsächlich alle übersetzungen immer nach demselben muster übersetzen wir sehen erst mal gute nachricht bibel ich lese das einfach mal durch gute nachricht bibel erste johannes und zwei vers 1 meine lieben kinder ich schreibe euch dieses damit ihr kein unrecht tut sollte aber jemand schuldig werden so haben wir einen der beim vater für uns eintritt jesus christus den gerechten der ohne schuld ist ich lese einfach kommentarlos hoffnung für alle übersetzung meine geliebten kinder ich schreibe euch dies damit ihr nicht sündigt sollte aber doch jemand schuld auf sich laden dann tritt einer beim vater für uns ein der selbst ohne jede sünde ist nämlich jesus christus luther 2017 meine kinder dies schreibe ich euch damit er nicht sündigt und wenn jemand sündigt so haben wir einen für sprecher bei dem vater jesus christus der gerecht ist und die letzte übersetzung die ich reingenommen habe ist neues leben meine kinder ich schreibe euch das damit ihr nicht sündigt aber wenn es doch geschieht dann gibt es jemanden der vor dem vater für euch eintritt jesus christus der vor gott in allem gerecht ist meine lieben wir haben jetzt diese vier übersetzungen eine bibelstelle in vier unterschiedlichen übersetzungen gelesen und es nimmt sich nicht viel bei neues leben sehen wir dass dort dieses zweite mal der begriff sünde quasi nicht in erscheinung tritt das wird anders übersetzt anders formuliert ersatz aber der inhalt ist eigentlich immer dasselbe und es ist egal jetzt ich habe jetzt keine englischen übersetzungen angeschaut aber es ist egal ob ich jetzt russische übersetzung nehmen deutsche übersetzungen es ist immer derselbe text hinterlegt das heißt es geht erst mal um die sünde und es geht um jemanden der sich quasi vor gott hinstellt und sagt rechne es ihnen nicht an sie mein blut für die menschen wurde vergossen und deswegen habe ich damit quasi diese sünde reingewaschen und so weiter und so fort und meine frage ist hierbei geht es tatsächlich in diesem text genau darum oder ist hier vielleicht etwas anderes damit gemeint und das wollen wir gemeinsam mit dir jetzt anschauen wir gehen erst mal auf das griechische wort sünde ein nämlich wie es im griechischen urtext ich habe das jetzt hier aufgeschrieben dieses wort und so wie es im urtext eigentlich verstanden wurde und wir sehen dort dass dieses wort eigentlich übersetzt wurde ein ziel verfehlen etwas nicht treffen also ich habe im grunde genommen versucht nachzugucken wo ist die wurzel des wortes wie ist dieses wort entstanden natürlich waren die griechen auch religiös auf deren art und weise ja dies waren natürlich keine christen aber sie haben an viele götter geglaubt aber griechen waren auch sehr wo hatten sehr ausgereifte sprache und dieses wort wurde eigentlich für bestimmte dinge verwendet womit beschrieben wurde dass jemand quasi sein vorhaben verfehlt also im direkten sinne könnte man sagen ich habe jetzt pfeil und bogen habe eine scheibe und möchte diese scheibe ins schwarze treffen oder in die mitte treffen und ich verfehle mein ziel und das wurde damit beschrieben jetzt wird dieses wort natürlich aber in der bibel oder besser besser gesagt bis nicht viel nicht alles untersucht mir war es hauptsächlich wichtig in diesem kontext weil tatsächlich oft daraus eine darauf eine leere aufgestellt wird ja dass wir menschen tatsächlich immer noch sündigen können und immer noch jesus brauchen der für uns weil sie immer wieder vor gott einstehen muss und sagen muss ja ich möchte dass dass diese menschen vergeben wird und da stellt sich natürlich für mich die frage muss das jesus tatsächlich oder hat das ein für alle mal getan versteht ja und es geht nicht darum dass wir heute dass ich heute ein freibrief zur sünde erstellen möchte das wirst du gleich feststellen wenn du ein bisschen mehr zuhörst sondern es geht darum was meint diese bibelstelle oder was meint johannes hier mit allgemein was ist wichtig hier mit diesem wort eigentlich zu zeigen lasst uns einfach mal diese beiden begriffe also verfehlen nicht treffen und sünde an sich mal betrachten als begriff wenn wir verfehlen uns anschauen und ich habe dieses wort bisschen untersucht dann merken wir eigentlich hinter diesem wort eine positive treibkraft also eine positive absicht ja das heißt eine person ein mensch entscheidet sich irgendwas zu machen ja ein kind geht zur schule und lernt ich fache fange ein projekt an und versuche etwas zu machen das heißt wir möchten etwas machen wir stellen uns gut vor wir bereiten alles davor wir geben uns mühe aber das problem ist dass wir es nicht so schaffen wie es eigentlich vor hatten das heißt ergebnis ist eigentlich negativ ja wir haben nicht das erreicht was wir eigentlich wollten aber die ursache die treibende kraft ist positiv und das ist extrem wichtig für die botschaft die wir in dieser bibelstelle gleich mitbekommen werden bei der sünde wenn wir das betrachten ist das eigentlich komplett umgekehrt weil eigentlich habe ich vielleicht irgendwas positives machen können das heißt mir wird vorgeschlagen du kannst etwas positives machen und ich treffe bewusst eine ablehnende oder andere entscheidung nämlich die negative das heißt ich möchte das was ich machen könnte ja ins schwarze treffen oder sonst was ich mache das gar nicht das ist gar nicht meine absicht ich möchte etwas anders machen und das beschreibt die sünde und deswegen ist für mich heute sehr wichtig gerade diesen bibeltext da in diesem bild in diesem kontext zu betrachten wir sehen also dass johannes eigentlich hier etwas sehr wichtiges schreibt ich kommentiere das ganz kurz später werden wir das am ende komplett betrachten er sagt meine kinder dies schreibe ich euch damit ihr nicht und dann übersetzt jeder hier sündigt ja aber wir sehen im urtext dass dieses wort das johannes hier verwendet eigentlich bedeutet ich schreibe euch es damit ihr nicht verfehlt damit er nicht daneben schießt damit ihr treffsicher seid damit er ins schwarze trifft das ist das was johannes möchte das ist seine absicht und deswegen schreibt er das an seine kinder wie er das meint ja wir die nennt die gemeinde ok meine lieben und ein weiteres wort in diesem bibelvers ist noch niedergeschrieben das werden wir uns im nächsten punkt anschauen das ist nämlich das griechische wort für den für sprecher das was jetzt als für sprecher steht wir haben eine übersicht auch andere meinungen dazu gelesen also andere übersetzungsvorschläge zum beispiel beistand fürbitter könnte man das quasi sagen in so typisch religiösen kontext könnte man so sagen also ist jetzt nicht schlecht gemeint damit ja aber wir haben ja bestimmte begriffe die wir uns quasi angeeignet haben und das ist für uns sag ich mal typisch verständlich vielleicht wird ein mensch der das nie gehört hat kann ich so richtig erstmal wahrnehmen muss bestimmte begriffe erlernen sich beibringen ok also und hier steht für sprecher also jesus wird hier als für sprecher genannt in den meisten übersetzungen wir schauen was eigentlich hier im kontext steht da steht natürlich auch stellvertreter könnte man aussagen also auch für sprecher stellvertreter machte der eigentlich dasselbe aber eigentlich ursprünglich steht hier assistent oder helfer und das ist sehr interessant wenn man diese bibelstelle tatsächlich ein bisschen im kontext nachher betrachtet ich werde nur die ersten drei bibelstellen verse lesen aber auch wenn wir tiefer nachher lesen werden sehen dass das was ich heute dir heute nahe bringen möchte genau das ist was johannes eigentlich damit sagen wollte ja das heißt selbst wenn jemand hier nicht sündig sondern eigentlich fehlt oder daneben schießt so haben wir einen helfer einen assistent einen unterstützer einen lehrer könnte man sagen der für uns einsteht der uns zur seite steht ja der bei dem vater wohnt der jesus christus ist und der gerecht ist der ganz genau weiß wie das alles geht aber bevor wir weiter ins detail gehen schauen ein bisschen weiter rein und gucken uns diesen vers jetzt im kontext an erste johannes kapitel 2 verse 1 bis 3 ich habe schon davor gesagt wir könnten das durchaus noch mehr schauen wir könnten vers 456 das ist einfach herrlich aber ich möchte dich heute animieren sogar selbst die bibel aufzuschlagen und das ganze durchzulesen und meine absicht ist er wirklich auf diese begriffe hier hinweis zu geben also ich lese mal diesen kompletten abschnitt meine kinder die schreibe ich euch damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt habe ich jetzt entschuldigung das hätte ich davor auch anders lesen können oder ich lese das mal so wenn jemand sündigt so haben wir einen für sprecher bei dem vater jesus christus der gerecht ist und jetzt lesen wir in der anderen übersetzung so wie ich das übersetzen würde meine kinder die schreibe ich euch damit ihr nicht fehlt oder daneben schießt und wenn jemand daneben oder fehlt macht so haben wir einen helfer bei dem vater jesus christus der gerecht ist also johannes schreibt wenn du mal ein problem hast du hast ein super positives ziel du weißt ganz genau du möchtest etwas machen aber es klappt nicht so richtig du hast keine ahnung wie das geht du machst fehler bei dir fehlt es ein weisheit dann sagt johannes haben wir jemanden der unser helfer ist der uns zur seite steht der uns unterstützen möchte nämlich bei dem vater das heißt die pure weisheit steht uns zur seite dieser name für diesen für diesen jemanden ist jesus christus und das ist absolut gerechter weise der ganz genau weiß wie er aus dieser situation die weiterhelfen kann okay also es geht hier gar nicht um ablehnung negativ ist sondern um positives das ist eine super bibelstelle und wenn wir weiter vers 2 lesen und er selbst ist die versöhnung für unsere sünden nicht allein aber für unsere sünden sondern auch für die der ganzen welt hier wird übersetzt die sünde als fehlt als mangel der menschen mangel der menschheit als menschen die falsche entscheidung getroffen hat es wird ist ein etwas anderes wort das hier verwendet wird wieder für sünde und sünder und hier sagt er er ist gestorben für die versöhnung das heißt in diesem moment steht es hier vollkommen richtig und er sagt jesus hat alles klarschrift gemacht wir haben die möglichkeit jetzt alles gut zu machen und vers 3 und daran merken wir dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine und hier steht gebote eigentlich halten wenn wir aber dieses wort gebote in griechischem auch wieder anschauen so steht dort eigentlich anweisungen oder anleitungen ok das heißt und daran merken wir dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine anleitungen oder seinen anweisungen folge leisten ok so jetzt möchte ich einfach mal ganz kurz so eine typische erklärung für diesen vers sagen wie ich das früher verstanden habe oder diesen abschnitt ja das heißt wenn ich sündige dann zeigt es mir eigentlich ja dass ich seine gebote nicht halte aber das ist doch eigentlich logisch nicht wahr es ist klar wenn ich sündige dass ich seine gebote nicht halte und das muss ich nicht merken ja er sagte hier daran merken wir dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine gebote halten das heißt wenn wir quasi irgendwelche werke tun so wird das nämlich immer im kontext betrachtet diese bibelstelle dann merken wir dass wir ihn erkannt haben was meint diese bibelstelle eigentlich ja wenn wir jetzt das ganze in diesem kontext wie ich das davor angefangen zu erklären weiter betrachten und daran merken wir ich habe das extra so ein bisschen versucht zu betonen ich hoffe da sieht man daran merken wir ja das heißt er sagt davor uns ja es kann sein dass du fehltritte machst es kann sein dass du auf jesus zurückgreifen musst und sagen muss pass auf hilf mir und in drittem ver sagt er daran merken wir dass wir ihn erkannt haben ja das heißt er sagt es gibt für dich eine richtschnur du kannst du kannst selber in deinem leben feststellen welcher stimme du eigentlich folge leistest ob du aus eigener sache handelst deine erfahrung ratschlag von irgendjemandem den du kennst oder du achtest auf das was er dir sagt ja dass wir ihn erkannt haben dass wir ihm vertrauen dass wir auf ihn hören wenn wir und das ist das ja wenn wir seine anleitungen halten wenn wir seinen anweisungen folge leisten ja das heißt ich versuche jetzt zum beispiel ins schwarze zu treffen und dann höre ich zum beispiel an meinen frau auf meinen freund und er sagt versuch mal so und versuch mal so und mach mal so dann gucke ich auf mich und denke okay wie hast du es gelesen wie hat es schon mal geklappt das heißt du bist immer auf irgendwas angewiesen und bist total schwammig hast vielleicht ein problem und trist immer wieder daneben und dann sagt hier johannes unterschreibt und sagt daran merken wir dass wir ihn erkannt haben ja dass wir seine anweisungen befolgen ja und das ist so herrlich das heißt wir werden feststellen wenn ich auf ihn höre wenn ich das mache was er mir sagt ja er sagt mir vergib er sagt mir lässt er nicht er sagt mir hört zu er sagt mir macht das wenn ich das anfange zu tun dann werde ich feststellen dass meine resultate zielsicher werden das heißt wenn ich ihm als meister zuhören und er sagt spannen nicht zu fest den bogen oder spannen bisschen mehr halte das so mache das so stell dich anders hin dann wirst du garantiert dieses ziel treffen und das ist das was uns heute bewegen sollte meine lieben ich finde das ist eine sehr wichtige bibelstelle für mich es geht hier um viel positives und um gar nichts negatives versteht ihr es geht hier auch nicht darum dass wir irgendwie uns verändern müssen dass wir irgendwie kraft anlegen müssen dass wir irgendwas besonderes machen müssen damit wir erfolgreich werden sondern es geht hier vielmehr darum dass wir auf ihn zuhören nämlich auf den der alles möchte dass es uns gut geht und das ist das was ich heute für dich hinterlassen möchte ich wünsche mir dass du tatsächlich auf jesus schaust und sagst ich möchte mein ziel erreichen und damit ich das erreichen kann habe ich eine feststellung gemacht dass ich vielleicht schon zwei drei mal vier mal falsch gemacht habe daneben geschossen habe viel dritte in meinem leben hatte und ich sage das nächste mal jesus möchte ich es richtig machen es geht nicht um die sünde sondern es geht immer wieder um unser vorhaben etwas gut zu machen und er ist derjenige der immer treu und zur seite steht immer sofort bereit ist uns zu helfen er ist nicht derjenige der jetzt beim vater ist und sagt bitte vergib ihn noch einmal nein er ist derjenige der schon alles für dich erledigt hat das ist für dich vergeben sondern er möchte dich professionalisieren versteht ihr meine lieben es geht nicht mehr um vergebung sondern es geht darum dass ich gar nicht mehr sündigen möchte es ist eigentlich viel mehr wenn wir diese botschaft verstanden haben wird es uns kraft geben im leben richtig zu handeln zielsicher zu sein und das was wir vorgenommen haben zu ende führen zu können ich denke dass es mit viel segen verbunden und deswegen möchte ich dich in diesem sinne segnen und dir wünschen dass du vielleicht dieses ganze kapitel vorliest die darüber gedanken machst und diese bibel stelle dass sie in deinem leben zu einem vollen erfolg wird sei gesegnet und bis zum nächsten mal wenn dir das video gefallen hat ganz das gerne teilen ganz das leiten ganz das kommentieren das fördert und unterstützt mich bei meiner arbeit vielen dank bis zum nächsten mal